Gucken wir mal, was das Altstadtfest in Neustadt so bietet. Hier steht am Anfang an der Bergstimme. Namen vom Altstadtfest, wir dürfen da fotografieren, habe sie gesagt. Sehr schön, besten Dank! Jetzt bin ich doch mal dabei in die Ausstellung vom Archiv. Ich glaube, ich fotografiere das jetzt alles mal ab. Genau. Das ist sogar ein Bild von früher. Da ist Großumstadt, Zimmer, die Burg. Das muss man mal abbezahlen. Reiner von der Richtung. Da müssen wir jetzt hinkommen. Höchst Neustadt, Sandbach, das hier. Breuberg. Da vorne das Archiv und die Leute sind da, dienstags von 9 bis 12. Und da machen wir eine Führung damit. Interessant, nicht? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die SPD zusammen mit der KPD. Gegenüber dem. Das waren halt die Machtverhältnisse damals. Jeder hat heute Angst und Schreckung gefallen. Wenn man das sieht. Da ist die Kirsche. Das ist die evangelische Kirschturm. Da ist die Kirsche. Das ist die evangelische Kirschturm. Und dann geht es nicht zur Burg. Der Weg zur Burg. Sieht man die überhaupt? Nein. Und da vorne um die Ecke steht das Kreuz. Das gehe ich jetzt mal hin. Das Marktkreuz. Das ist das wunderbare Hotel Rodensteiner. Zumindest war es mal wunderbar. Jetzt wissen sie nicht was ich machen soll. Und das hier. Das ist unser Marktkreuz. Das kann doch hier. Ich darf jetzt sagen. So. Gucken wir mal was da steht. So. Also da kann man es ja lese jetzt. Stellt einen Rechtsdenkmal von besonderer Bedeutung dar. Kein zweites Kreuz dieser Art an seinem ursprünglichen Platz zu finden ist. Irgendwie habe ich das noch. Die Hand sind gerade an der Stelle eines früheren Handschuhs. Ist das Sinnbild dieses besonders schutzes. Magdrescht und so weiter. Jetzt habe ich die Frau gefragt wie sie ihren Apfelsaft machen. Und das ist halt so. Der Apfelsaft wird erhitzt. Das ist best normal. Aber in der Zeit wo die Äpfel frisch vom Baum fallen. Gibt es auch Most. Und den füllen sie immer. Also praktisch bis Weihnachten füllen sie Most an. Und der wird nicht erhitzt. Das wäre ich doch dann interessiert so ein Most mir zu holen. Süße Süße. Ah ja. So sind sie halt. Gucken Sie die Äpfel. Ich habe ja genug daheim von meinem Obstbauer. Ist auch nicht schlecht. Sehr gut. Sehe die Nippe komplett komplett aus. Sehr gut. Tiefschaukel. Ich habe gedacht die werden schon verboten. Gehört alles zum Rodenstein. Steht leer. Keiner kriegt es hin. Wie früher. Und bei uns war da immer noch Arndt mehr. Oder Arndt von denen da war dann ein Überschlag. Und das gibt es heute nicht mehr in Schölln. Überschlag war schon eine heiße Kiste. Tiefschaukel. So hat man abgebremst. Und da war der Überschlag. Da war aber kein Walge sondern nur eine Stange. So jetzt haben wir den Platz. Und die Kirsche. Jetzt irgendwann achtte ich einen Tour. Oiant Все sind dir her. Über sind der Queere ja? Nein 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 nein. Alles ist wahrscheinlich ein Grund der Beige zu machen. Ein Deine, das ist nicht einfach Das ist halt bayerisch, ne? Neulich ging ich mit meiner Schwiegermutter und von mir in sich. Christopher! Christopher! Ach so schnell, wie die los ist. Wenn der durchkommt, kommen wir die anderen Radius. Fertig! Musik 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 Ja, auf jeden Fall. Was sind das für Menschen hier? Die dürfen hier rumfahren. Was ist das für Menschen hier? 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 Ich ile Ahnung. Für dich wie ist das für Menschen hier? Was ist das für Menschen hier? Wo wurde choke, wo wir finden ihnок видно. Dürfen Sie es. Vielen Dank. Vielen Dank.